Da haben viele Spieler schon im Anschluss gesagt, dass das mit einer der besten Stimmungen war, die man jemals erlebt hat im Stadion. Also für mich persönlich war es auf jeden Fall, glaube ich, nach dem Pokalfinale mit die beste Stimmung überhaupt. Wenn ich dann jetzt höre, dass für dieses Spiel was noch Größeres vorbereitet wird, steigt natürlich die Vorfreude umso mehr. Dann schließe ich mich an, dass das sicherlich Gänsehaut-Stimmung war, die sicherlich jeden berührt, nicht nur die Akteure auf dem Spielfeld oder die Verantwortlichen des Vereins. Es ist sicherlich auch eine Freude ins Stadion zu kommen, das zu sehen. Und deswegen bin ich dann auch schon sehr gespannt, ob das noch zu übertreffen ist, was gegen Lazio war.